Dickes Ausrufezeichen. Leon Rehberg, die Startnummer 716. Ganz, ganz famoser Auftritt von dem Mann aus Sachsen-Anhalt. Morning everybody! Ich hole jetzt Niklas ab. Oh, scheiße. Und dann geht's nach Tensfeld. Kann ich mir ein Handy hier laden? Ja. Gut. Oh, ich muss noch tanken. Lass mal fix noch tanken. Oh, scheiße. Alter. Oh, lief dich da? 30 Minuten. 30 Minuten. Und dann? Vierte Runde. Der ALRC MX Masters. Sand. Wir haben am Wochenende noch einen extra Gast. Ein Spanier. Mal ein Interview mit einem Spanier. Du darfst euch überraschen. So, wir sind jetzt gleich in Borstel. Dann fahren wir doch Training. Ich hab mich umentschieden. Mann, jetzt sieht man das nicht. Das stand da drauf. Borstel! Dicker Sexier. Oh, eine Frau rausgekommen. Echt? Wie du dich umdringst. Was ist denn das für ein Scheiß hier schon wieder? Guck mal, das pisst. Ja, natürlich. Aber wie soll ich denn filmen, wenn es pisst? Irgendein Mist. Das wird schon, Tom. Alles wird gut. Das ist ja gut, ja. Weißt du? Der Mais kommt. Ich wollte dröschen heute. Ich wollte dröschen. Maschinen stehen, weißt du? Was willst du machen? Was willst du machen bei soem Wetter? Da kannst du den ganzen Tag nur Viecher füttern, kümmern, Hof fegen. Kannst du auch nicht. Da kannst du Lattungen sägen, ja. Aber mehr oder weniger. Wenn du eine Säge mehr ich drinne hast. Ansonsten warte ich schon wieder hier. Kann nach Hause fahren. Weißt du? Kein Bock mehr auf die Scheiß hier. Am besten fang mal Rewe an. Guck ein bisschen in den Bananen. Lass mich einen Silberblick kloppen. Und der geht mit 1500 netto nach Hause. Mann. Filmen ist Männersache. Rhinopower ist Heldsucht. Und dann Angriff. Oha! Der Start! Da hinten ist Rhinopower. Der Start! Alter, wie geil! Ich werde so einen guten Start machen. Norddeutschland! Wetter ist immer scheiße. Aber die Schlepper sind immer geil. Morgen! Morgen! Alter! Guten Morgen! Guten Morgen! Wir sind jetzt hier im freien Training. Quali. Nee, erst Start-Training. Freien Training und Quali. Ich sag zwölf. Ich sag neun. Neun, okay. Und sonst? Sonst? Jetzt, wo wir angefangen haben zu filmen, kam die Sonne auch raus. Moin! Also? Irgendeiner hat mein Scoot mit uns. Das ist nur gute Sektionen-Fans zu filmen. Blickig sein. Blickig! Schrei! Schon wieder! Alter, Niklas Kreutmann! Ja! Du warst auch gesehen oder? Das hab ich denn gesehen gesehen. Was warst du jetzt? Was? Ne, Kreutermann kriegt nachher eh ne Völbe. Ja, Niklas ist wieder am Schnachen. Heute ist der Kumpel da, Marco Dietz. Ja. Marco Dietz. Moin, ich bin der Jonas Pegelow und ich fahre 65er. Ich bin in der deutschen Meisterkraft 1. in Berlin-Prattenburg auch. Ja, und ich fahre für Baby-Malon Racing. Ja, ich grüße Grimm, meine Eltern, meine Schwester, Torgi. Und welche Klassik ist sie? Zweite. Welche? A oder B? A. Zwei A wird auch im Gewicht. Ist doch Malo, Rach, und das war's. Alter, hast du dein Edding rausgeholt aus dem Schulrucksack? Hab ich nicht mehr. Hausaufgaben machen, immer fleißig Hausaufgaben machen. Der hat nicht mal Stifte mit in der Schule. Hab ich auch nicht. Ja, das war's. Grüße gehen raus und arbeiten, danke. Wir haben hier, wir haben Verriss, der eigentlichen Leader des ADAC Youngster Cup. Die an unseren Mitest spielen macht. Hallo, bitte. Ja, get venkt! Wir haben uns nicht geholen vor Freude. Ich hab auf einmal so, wo der vorbei war hier vorne, auf einmal so keine Spannung mehr in den Armen gehabt und dann so fast... Ey, du bist so rund lang, also so über deiner normalen Geschwindigkeit hier vorhanden ist. Kein Wunder, dass zum Schluss einfach Saft ein bisschen leer war. Ja, Mann! Junge! Geil! Weitermachen, weitermachen. War der Saft jetzt mit raus? Also in den Armen so, ja. Und das nächste Rennen, die Iwan-Wacht, um 20 Sekunden Vorsprung. Geil, der Start, ey. Hast du das Ding da aussieht so? Ich hab mit beiden Füßen unten gestartet. Ja. Hast du mal lacht? Geil. Hast du, hast du gewusst? Geil. So, guten Morgen auch an Tag 2 hier im Lifestyle-Pfad des Kanals. Ey, es ist arschkalt hier im komisch windigen Norden hier. Ich glaube, das Wetter ist kaputt. Aber Dreck haben sie richtig noch mal gebügelt. Deswegen wird Leon gleich mal richtig ein paar Runde reingeleißen. Also... Ist das O für O-Klee oder was? Was denn jetzt, Eike? Wo sind meine Abreißer? Ich setz jetzt keine Roll-O-Mos. Das ist doch Abreißer auf der Brille. Das ist da, die Roll-O-Mos. So, ich vorreitet. Mensch. Und... Alter, ich hab ein Moto-10. Wer will mir was? Ich hab ein Moto-10. Was? Wow! Ich hab ein Gitarren. So, warm-up ist jetzt durch. Oh, die Sonne löhnt. Überwindig halt, aber hast du ja auch schon gesagt. Ja, dreckiges Wetter. Ja, ansonsten ist der Boden richtig geil. Schön feuchter Sand. Ne, also geht's jetzt los. Wie ihr seht, ist Leon schon in seinem Racebike. Der backt das jetzt ab. Wir sind auch soweit, deswegen jetzt rüllen nochmal ganz kurz, checken wir mal. Wir haben Wasser, haben wir. Und dann geht's jetzt in den zweiten Lauf. Also, wir sehen uns vorstanden. Ein herzliches Willkommen hier noch einmal zum vierten Tourstopp der ADAC-MX Masters. Zweites Hauptrennen für die Kollegen aus dem ADAC-MX Youngster Cup. Und die werden in Kürze ranrollen an den Startbalken. Und die Frage auch, was Leon Rebeck heute ausrichten kann mit Startplatz Nr. 20. und das bewahrt sich. Ein paar Runden probiert abzumachen, ging nicht. Ja, wieso? Hat nicht viel. War Ende. Aber Rolllauf ging irgendwo nicht? Ne. Ging nicht mehr, auf halb. Na, ich gewischt kurz nur. Das war gestern besser, wo du weit vorne warst und die ganze Zeit für dich allein gefahren bist, ja? Da hast du Reserven gehabt mit der Brille. Ich wäre vorbeigefahren, ich war ja wieder dran zum Schluss. Also, aber ich habe dann, weil ich nichts mehr gesehen habe, der ist ja auch nur noch. Er ist langsam über den letzten drei Runden, ja? Ihr Sachsen, Alter! Ihr Sachsen, Alter! Magdeburg total voll, Alter. Der war doch total voll. Geil. Da bist du heute, glaube ich, da bist du heute schon der dritte, der uns da anspricht und erzählt, wie witzig er das fand. Ja, richtig geil. Ah, Chinchaks Vater war da. Der fand das auch. Der kam gestern auch von das auch mit Zetika. Das, das... Er grüßt mich. Er grüßt seine Eltern. Ich grüß Moody. Moody grüßt mich immer. Und sie sind sehr groß. Was machen wir hier, Dom? Wir sind hier abends dort. Ich weiß nicht, was sie hier genau machen, aber... Ist cool. Sieht cool aus. Wir sind hier mit unseren Rennwatz. Ey, hier hätte ich richtig geil rübergefunden. Mach doch. Mach doch mal meine Kamera. Ja, abends. 15 Uhr. Schätze ich mal. Der dritte Lauf beginnt jetzt. Rufus Fahnder. Leon sucht seinen... Schlipper. Holschot jetzt für Leon. Verriss auf zwei. Und... Den können wir nach Hause. Ciao. Los. 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 Lasst mal... gar nicht so verkehrt. Nein, kannst ja noch mal eine Kamera, eine Runde hier kurz eben mal rumdrehen. Alter, wir sind mit den Jungs. Und das war's jetzt auch hier auf dem Real Life, Moto Life Kanal. Freut euch auf jeden Fall auf das Hauptvideo. Da rein ein paar gute Schätze dabei sein. Ansonsten, ja, wir sehen uns beim nächsten Training, weil Rennen sind ja jetzt erst wieder in zwei Wochen. Tschüss, tschüss. Leon Rehberg, der ist hier angekommen in den Top 5. Was für ein Rennen von der 716.